hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich habe heute ein update erhalten und das werde ich jetzt zusammen mit euch auspacken. nach dem intro geht es los. viel spaß. so willkommen zurück. das wird ein kleines video. das paket habe ich jetzt schon aufgepackt. einmal ein sticker zu dem film limblast den ich mir ebenfalls bestellt habe. mit der nummer 48 von 50. seh ich gerade. einige sticker. hier könnt ihr übrigens die filme auch bestellen. die werde ich euch auch noch verlinken. so da haben wir einmal chris deara snail man im schönen digipack. den film kann man kostenlos auf youtube sehen. kann ich sehr empfehlen. das ist wirklich ein schöner kurzfilm. macht spaß. dann limblast von daniel konze. dem gehört auch der shop. da habe ich die filme auch bestellt. amari und ein gratis bonusfilm. rise of valhalla kenne ich gar nicht. bin sehr gespannt. ist auch ein digipack limitiert. ein pressemuster. nicht limitiert. sehr schön. freut mich. das war es. sind drei filme. wie gesagt limblast und nailman kenne ich. beide sehr tolle filme. und rise of valhalla bin ich gespannt. werde auch eine review dazu machen. vielen lieben dank fürs zuschauen. bis demnächst.